Donny Thomason arbeitete als Krankenpfleger, bevor er sich seiner neuen Leidenschaft widmete. In Los Angeles verkauft er elektronische Zigaretten. Ein boomendes Geschäft. Wir haben jeden Monat 10 bis 15 Prozent Wachstum. Der Laden soll Leuten helfen, zu dampfen anstatt zu qualmen. Das ist tendenziell viel gesünder. Bei E-Zigaretten wird eine nikotinhaltige Flüssigkeit verdampft. Dieser Dampf ähnelt beim Inhalieren sensorisch dem Einatmen von Tabakrauch, ist allerdings weit weniger schädlich, sagen die Befürworter. Wie riskant die E-Zigarette tatsächlich ist und welche langfristigen Schäden drohen, gilt als wissenschaftlich noch nicht ausreichend erforscht. In den USA sind Gesundheitsexperten besorgt, auch weil dort inzwischen schon jeder vierte junge Nichtraucher E-Zigaretten probiert hat. Nach und nach sind die E-Zigaretten nicht mehr stark genug und die Konsumenten wenden sich wieder normalen Zigaretten zu. Die Angewohnheit des Rauchens wird bestärkt. In den USA ist das Geschäft mit den E-Zigaretten bereits 1,7 Milliarden Dollar schwer. Auch in Europa wird der elektronische Glimmstängel immer beliebter. Künftig muss er sich allerdings strengeren Auflagen beugen. Hersteller müssen die Zusammensetzung der nikotinhaltigen Flüssigkeit offenlegen. Außerdem soll Werbung für E-Zigaretten und ihr Verkauf an Minderjährige verboten werden, wie auch für herkömmliche Tabakprodukte.